Gerade bei uns hier im Norden sehen wir ziemlich viele Windräder. Wie diese Strom erzeugen und wie dieser dann bei euch zu Hause ankommt, erkläre ich euch heute. Ich bin Tomke, eure EWE-Smartgeberin und los geht's! Windkraftanlagen wandeln kinetische Energie in elektrische Energie um. Die kinetische Energie steckt im Wind, der dadurch entsteht, dass die Sonne die Erdatmosphäre unterschiedlich warm erhitzt. Bereiche mit wärmerer und kälterer Luft gleichen sich durch Luftströmungen, also Wind, aus. Die Energie des Windes muss nun durch die Windkraftanlage umgewandelt werden. Dadurch wird zuerst mechanische Rotationsenergie umgewandelt, der Wind dreht also die Flügel. Hierbei wird das Auftriebsprinzip verwendet, in dem die Flügel ähnlich wie beim Flugzeug funktionieren. Durch die Form der Flügel strömt die Luft auf der Oberseite schneller als an der Unterseite. Daher ist der Druck unter dem Flügel höher, wodurch der Flügel angetrieben wird. Die Flügel sind übrigens mit einer Achse verbunden, die ebenfalls rotiert. Interessant ist, dass drei Rotorblätter den besten Wirkungsgrad erzielen, weil der Abstand am optimalsten ist. Die Drehbewegung der Achse wird durch einen Generator in elektrische Energie umgeformt. Durch eine Spule im magnetischen Feld wird im Generator eine Spannung induziert. Um die Windkraftanlage in das elektrische Netz zu integrieren, ist sie über Trafos und Übertragungsleitungen direkt an das Verteilnetz mit den Haushalten verbunden. Da die Geschwindigkeit der Rotorblätter meist zu gering ist, sorgt ein Getriebe dafür, dass der erzeugte Strom eine Frequenz von 50 Hertz hat, genau wie das Stromnetz. Um eine zu starke Drehung der Blätter beim Sturm zu verhindern, können bei einigen Windkraftanlagen die Blätter aus dem Wind gedreht werden oder es kommt ein intelligentes Rotorblattdesign zur Anwendung. Wusstet ihr, dass durch Windkraft in Deutschland 2020 knapp 130 Terawattstunden Strom erzeugt wurden? Niedersachsen ist übrigens das Bundesland in Deutschland mit der höchsten Gesamtleistung an Windenergie. Wenn ihr euch bewusst für Grünstrom entscheidet, spart ihr 270 Gramm CO2 je Kilowattstunde Strom ein. Dazu gibt es übrigens auch eine Smartgeber-Folge, die habe ich euch hier verlinkt. EWE ist im Bereich Windkraft richtiger Vorreiter, da schon 1989 der damals größte Windpark Europas in Pilsum errichtet wurde. Außerdem ist EWE bei Windenergie an Land mit dem Unternehmen Alteric Marktführer in Deutschland. Ich hoffe, ihr wisst jetzt besser über Windenergie Bescheid. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Tomke.